Hallo Leute, herzlich willkommen hier bei LigaDuck. Heute mit einer weiteren League of Legends. Ich spiele heute mal die Syndra in der Mitte. Und ich werde erstmal jetzt hier schnell natürlich hier, bevor ein Invent passiert, mich hinstellen. Ja, Syndra. Sehr, sehr coole Fähigkeiten. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß zu spielen. Wenn man die auch ein bisschen beherrscht. Mit der E, mit den Stunnen und mit der Kuh und mit der Uiti. Ein drum und dran natürlich. So, ich werde mal kurz unser Team vorstellen. Eine Nami. Support, Kog'Maw und als IC. Wie gesagt, ich spiele die Syndra in der Mitte. Jace oben auf der Top und ein Chaco im Jungle. Ich werde gleich Blue hinstellen. Äh, ein Wort bei Blue hinstellen, weil es hier nicht schreibt. Kein Problem. Und auf jeden Fall nochmal kurz erläutert, welche Gegner wir haben. Da, wo hier gerade ein Wort hingestellt. Als Gegner. Eine Sichuanie im Jungle. Ardekarys bei den Varus. Mordekaiser wird wahrscheinlich mal ein Gegner sein. In der Mitte. Morgana Support. Und ein... Trundle auf der Top. So, ich werde gleich hier vor Ort hinstellen. Bei 1,53 circa, damit ich den letzten... Äh, beziehungsweise damit ich auch den Lastedner gleich hier bekomme. So, jetzt ungefähr. Damit Chaco sehen kann, ob der existiert wird oder nicht. Weil der Gegner ist natürlich... Wenn ein Shocker-Mord ist, fängt er bei Red an. So, das ist meine Crew. Hat sehr, sehr kurzen Cooldown. Oh, Chaco will gleich... ... was starten, oder? Ne, der will den anderen Bull holen. Doch, er hätte was starten. Schade, hätte ich die Flaschen brauchen. Ich war natürlich auch noch nicht Level 2. War in meinen Augen für mich zu früh. Sonst hätte ich meinen... ...Stun Rip machen können. Ich möchte den hier... Zack. Zack. Immer noch ein Out-Attack drauflanden. Schade, hätte ich nicht bekommen. So, den Trag werde ich einschmeißen. Boah, der Kaiser. Ein Champion, der auch recht wenig gespielt wird. Wobei er echt zum Schluss für werden kann, mit sein Schild, was er bekommt. Nicht gereicht. Chaco ist mir eindeutig zu schnell. Ich kann so schon gar nicht reagieren. Beziehungsweise... Ich hab schon reagiert, aber meine Ehe hat leider nicht gelandet. Ich hab nur Schild weggemacht. Habt ihr das gesehen? Nur der Schild, leider. Das mach ich damit. So, ich würde auf jeden Fall die Kuh hochmachen. Das ist meine W. Ich kann dann einen Gegner schon mähen, aufnehmen, ohne meine eigene Bubble. Das sag ich jetzt mal so. Bubble. Sehr schön. Quack, Mo. Hat sehr gut gemacht. Hat natürlich für das erste Boot zu vergeben. Sehr, sehr schön. Da hab ich gestunnt. Hab noch Ignite. Müsste reichen. Chaco kam auch noch vorbei. Sehr schön. Hat funktioniert. So, ich werde jetzt hier schnell auspushen. Und geh weg, bevor die Sichuan hier vorbeikommt und mich tötet. Weil ich mich loben. Das war schön. Chaco war noch rechtzeitig da. Hat noch ein Key bekommen. Da ist die Choran auf jeden Fall schon. Hat man gesehen, dass er schon auf dem Weg war. So, ich hole den Key. Ganz normal Standard, würde ich sagen. Und ein Trank weniger. Und natürlich ein Wort. Und wieder auf den Lane. Ja, Chase hat natürlich hier oben sehr, sehr viel Pugpotenzial. Das mein ich. Hat Range. Trondle nicht. Er kann hier einfach den Gegner runterpoken. Aber Trondle heilt sich natürlich hoch. Also oben ist, würde ich sagen, ja nicht ausgeglichen. Kleiner Vorteil für Chase. Aber nicht vergessen, dass Trondle natürlich auch ein mieser, mieser Tank werden kann. Ja. Hat da Schaden gemacht. Okay. Also Morde-Kaiser. Wohin schon. Schade. Morde-Kaiser hat keine Mana. Das heißt. Er kann ja länger. Auf der Lane bleiben, als ich. Ich muss mir meine Mana ein bisschen einzeilen. Ein bisschen darauf achten. Chaco kommt. Ich tue jetzt auch mal Ulti. Stun ihn. Und sehr schön. Ich habe Ulti gezündet. Ich habe meine Bubblen dann perfekt zum Stun benutzt. Ich habe so viel Bubblen. Schade. Sehr schön. Doppeltötung. Cogmoor ist gut drauf. So. Chase auch. Mit Chaco. Ein super Gang von Chaco. Würde ich jetzt mal so sagen. So. Ich. Woher der erstmal? Immer absichern. Nicht vergessen. Und. Ich mache Schaden. Das war jetzt leider nur das Schild. Hat man gerade unten den Balken richtig schön gesehen. Wie er weggegangen ist. So. Ich schmache auf jeden Fall einen Heal-Pot ein. Und ich versuche noch so lange wie möglich auf der Lane zu bleiben. in 25 Sekunden habe ich meine Ulti wieder. Sehr schön. Ich kann schon richtig schön fahren. Ich bin sieben. Ich sag mal kurz vor acht. Er ist sechs. So. Ich. Siegne sie mal kurz. Dass der Morde Kaiser nicht da ist. Nein. Doch. Er ist dann noch da. so ein bisschen Mana-Raggen Chaco, will wir starten? Aber doch nicht, er macht den Blue, glaube ich oder so Ja, wartet da Hat da auf jeden Fall eine Puppe hingestellt Aber Chaco ist gut drauf Er geht wieder top Will er helfen Boah, Chaco, good job Ja, das Schild lädt sich natürlich richtig auf So, ich versuche natürlich ein bisschen runterzutoben Aber ich merke schon Er wird immer tankiger Hat er wieder ein bisschen Schaden bekommen? Ich versuche ein bisschen zu meinem Glück Schade Aber es wird schon auch nicht Oh, kriege ich auch nicht Hätte ich nicht machen sollen Aber no risk, no fun Also, nächstes Mal weiß ich Bescheid War zwar ein Versuch wert Aber leider ein bisschen nicht geklappt So, ja Ich werde auf jeden Fall Rabbern und Zut holen Schuhe Und natürlich Und natürlich Natürlich den Kay fertig Aber erst mal ein bisschen Damage Hier Es gibt jetzt 40 Fähigkeitsstärke So So Trun Der hat gewordert Guck Das Skin hat Guck Gefällt mir So, ich bin wieder da Da bin ich Und Weiter geht's So Ich Versuche jetzt hier natürlich Schön zu last Schako kommt Ich werde jetzt so Ein bisschen So tun Als würde keiner kommen Ist nicht mehr da Oder was Gut, danke ich doch Wieder auf die Lane Jetzt verpasse ich Hier CS Lass jetzt Also Shit ist jetzt schon Sehr deutlich Zu sehen Hat nur Biss Bisschen Schaden gemacht So Schade Range hat gar nicht gereicht Also Wenn Mordecai Natürlich Unten ist Dann werde ich Jetzt auch Ein bisschen Sein Das war die Ulti Da kam ein Stun Und da haben wir Einen getötet So Ich geh weg Alle gehen weg Alles nämlich Relativ low Wegen der Sicherheit Gehen wir jetzt Alle weg To base Perfektes Teamwork Wir haben Kale gekriegt Keiner von uns Ist gestorben Mordecai Macht sie auf den weg Wieder in die Mitte So Kudorn Reduction Hab jetzt auch Ein bisschen Bekommen Durch dieses Buch hier Zehn prozent So Ich mach wieder Auf den weg Mordecai Das heißt Ich kann erst mal Gleiche Zwerg hier Kurz Farben Besser Wie er da ist Ja Ich werde auf jeden Fall Die Ehoch machen So Jetzt seht ihr Hier wurde alles schön Gewordet Deswegen habe ich Jetzt mal Trinket hier Gepackt Oh Ganz schön Rangert Ja Ich gerade Ein bisschen Unterschätzt Ja Ich seh schon Den hab ich mir Noch gegönnt War zwar ein bisschen Gefährlich Aber ich hab das Versucht Einigermaßen gut Einzuschätzen Hat natürlich Geklappt Aber Zitroni Die nervt mich Jetzt hier Die will Wahrscheinlich Was reißen Oder so Aber ich Fahr mir jetzt Hier aus Und Geh Back To Base Sicher Sicher Schade Ich hab gerade Einen Trank Eingeschmissen Aber es ist mir einfach Zu gefährlich Deswegen Geh ich Back to base Und Zack Ja Ich nehm Jetzt Okay Fertig Ne Ich nehm Durchdringung Und Zwei Tränke Und Wieder Auf die Lane Wie sieht es denn aus Allgemein 6 1 Kog Morg Wow 1 1 3 Auch Recht Okay Würde ich Sagen Für mich Chase 1 0 Schako 4 1 Da Ich Morde Kreiser Gesehen Deswegen Ping Ich Da Morde Kasse Kommt Wieder Hoch Nee Doch Nicht So Ich Werd Jetzt Trotzdem Hier Bisschen Hier warten So Wir sind nämlich Zu dritt Ich werde Jetzt Hier Bisschen Bisschen Mit Absichern Jetzt Nichts Zu viert Schaden Army Uiti War Leider Bisschen Neben So Ich Bin Squishy Eisen Squishy Das Ist Natürlich Nicht Ganz So Schön Monika Ist Nämlich Tanki Das War Uiti Glaube Ich Von Citrooney Das Ist Schon Wirklich Ein Runde Gruppe Oh Da Haben sie Mich Muss ich Aufpassen Ich Getraut Monika So Come on Das ist Natürlich Jetzt Bisschen Schwierig Hier Dieses Rum Gute Ich Werd Aufjahnd Fals Mal Hier Zum Wort Ein Stellen Damit Wir Jetzt Schwierig An Hier Sehen Können Namika Habe Ich Gesehen Schade Chase Kommt Und Chaco Kommt Auch Jetzt Könnten Wir Was Reißen Schade Dass Ich Da Bisschen Ungünstig Stand Und Gestorben Bin Aber Wie ist Das Dann Aus Gangen Zwei Für Ein Oh Das War Nicht So Gut Das War Leider Nicht So Gut So Ich Da Muss Ich Jetzt Natürlich Jetzt Sofort hin Und Das Wieder Ein Bisschen Raus Puschen Aber Mordekreise Äh Boah Sehr Schöner Schuss Habe Ich Noch Gar Mit Bekommen Von Chase Unten Alle Vier Wieder Ich Müsste Eigentlich Da Auch Hin Mach Ich Jetzt Auch Oder Ich Hume Erst Erst In Tower Dann Geh Runter Helfen Unterstützen Aber Ich Seh Grad Schon Schwann Hier Kommt Hoch Ja Und Rundle So Abnerven Tower Ist Fast Breit Ich Ein Potenzial Ist Grenzenlos In den Mordekreise geht wieder Mitte Mitte Schwan Hier Ist Alle Hier unten Ist echt Ein Durcheinander Gerade So So Geh Geh Gerne Gestorben Für Kleinen Kill Verteil Erst Machen So Break Das Ist Natürlich Very nice. So, ich brauche schon das. Bisschen Rüstung erstmal, würde ich sagen. So, doch jetzt ungedacht, ungedingt. Oh, 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 der Jace. Der hat auch schon. 3-1. 151er Farm. Nicht schlecht. So, ich komme bitte. Gott, Yoshi. Cooler Name. Oh, die Amt zu rennert, Leute. Oh, da habe ich jetzt mit gar nicht gerechnet. Bin es gerade wirklich überrascht. Aber auf jeden Fall sind rein. Macht einfach viel Spaß, wie gesagt. Die Kuh ist in Babel setzen. Die Wehe, die Babel, beziehungsweise an Arminen aufnehmen und wieder hinschmeißen. Die E-S-S-Ton und die Ulti, da schmettert sich ganz viele Babel raus. Hat Spaß gemacht. Gutes Team. Danke fürs Zuschauen, Leute. Guckt auf jeden Fall auf unseren Kanal vorbei. Liga, Tag, GG. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.